Hahahaha 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 Lass uns den Klond, du machst es ständig auf seriös und schon verläuerst einen halben Arbeitstag. Warum sind wir froh, dass Sie uns garland haben? Mäui, sonst hätte ich noch mit der Gewerkschaft kommen. Hallo Fräulein, was machen wir jetzt mit dem abgebrochenen Nachmittag? Travailbar, das Grimus noch verdienen, das Haus sind. Hahahaha Hahahaha Komm, wir gehen noch etwas darauf, vielleicht läuft uns noch eine gestopfte Idee. Nein, nein, in dieser Zeit läuft es einer, beim Francesco. Hey Sie, Sie haben etwas vergessen? Was haben wir vergessen? Hey, was echt? Denk mich daheim? Hast ja alles versoffen. Hahahaha Ja, mit euch zusammen. Bleibt nichts mehr, Bauer. L'amour, hm? Ja, und ich? Bin ich niemand? Passt du gescheit darauf, dass du nicht im Misthaufen gehörst, wenn du daheim kommst. Hahahaha 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 Adios Ich lade ihn runter und fort. Und zuhause ich ein Leiterchen zusammenpacken. Ist einfach nicht recht. Unsere Reise ist schliesslich auch nicht aus Buchungen gescheitli gemacht. Aber eben. Mir mag halt niemand etwas tun. Ich komm halt einfach nie zur Zeit. Mir bleibt und bleibt kein Brütli. In Sachen Liebe da ist nichts. Das sei mir jede Tütli. Bis zum nächsten Mal. Hier.